Hallihallo und herzlich willkommen bei den ersten Server News vom neuen Server. Ich habe hier ein paar Leute schon mal eingebracht und ja, da seht ihr mal ein paar Members. Es sind leider alle momentan nur Bilder, die OP sind gerade nicht da, aber ja, okay, okay, ist gut. Und so, ja, es hat sich einiges getan seit dem Ankündigungsvideo und die will ich jetzt euch hier vorstellen. Wir haben hier ein bisschen die Regen abgedatet, das gleiche hier drüben, aber hier ist halt noch nicht so viel. Also es wurde nicht 1 zu 1 übersetzt noch, das werden wir alles machen. Und dann haben wir die verschiedenen Worlds hier beschrieben. Es gibt momentan vier Welten. Die dritte Welt ist gesperrt für alle Let's Player. Und ja, ihr seht es auf Deutsch. Und ja, die können wir dann auch kurz alle betreten. So, hier haben wir eine Bibliothek. Hier könnt ihr Tipps und Tricks suchen, also schauen. Das sind jetzt einfach mal die Anfänger-Tipps für die Pokémon-Sachen. Das gleiche auf Englisch. Und hier drüben haben wir jetzt etwas ganz Tolles für euch. Hier haben wir die Rumors-Halle. Hier sind zum Beispiel alle Operator. Ich habe mich jetzt einfach mal als Owner gedenken, weil der Owner eigentlich nur ein einziger ist. Und die anderen sind keine Owner eigentlich, aber sie wurden zum Owner ernannt. Wegen dem Rang-System. Aber die werden bald nicht mehr Owner sein. Die werden dann runtergestuft auf irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt zuerst mal etwas ausdenken. Also, wie gesagt, ich bin der Gründer. Ich bin der Zahler. Ich bin der Erbauer von diesem Server. Ich bin zuerst. Dann kommen alle anderen Sachen. Hier kommen dann zum Beispiel alle Admins rein. Dann kommen hier alle Moderaten rein. Und dann kommt im ersten Stockwerk die Support rein. Also, alle, die mindestens 1 Euro gespendet haben für den Server, an Paypal. Die Adresse ist baselfan.gmail.com. Da dürft ihr gerne spenden. Und hier unten kommen dann die Schwindler, also die Betrüger hin. Die Schwindler, Betrüger, alles mögliche. Also, die negativen Sachen. Das mache ich darum, dass mit dem eigentlich mein Ziel ist, so wenig wie möglich böse Sachen auf dem Server passieren. Also, es gibt Hacker, es gibt Griefe, alles mögliche. Und ich will das unterbinden. Dann werde ich alle vermerken, die irgendwas Böses machen und gefunden werden dadurch. Aber wir haben sehr gute Leute. Jeder von den Bildern könnte auch ein Supporter sein, der den Server supportet und dadurch so etwas meldet und Screenshots macht. Und das ist so. Dann haben wir hier drüben ein U-Bahn-System. Das ist momentan nur einseitig. Also, es geht nur von einer Stadt zur anderen Stadt. Hier ist vom Spawn zur ersten Stadt, also zur vierten Stadt eigentlich. Aber die erste erbaute Stadt und sie heisst Neo-Validia. Da können wir mal durchgehen. Haben wir noch nicht jetzt. Wir müssen hier noch den Spawn fertig machen. So, hier haben wir am blauen Dach schon sehbar einen Shop für Anfänger. Da könnt ihr mit Links-Klick bauen, glaube ich. Und mit Rechts-Klick verkaufen. Nein, nicht mit Links-Klick bauen. Mit Links-Klick kaufen und mit Rechts-Klick verkaufen. Warte kurz. Ah nein, Links-Klick ist Verkaufen und Rechts-Klick ist Bauen. So, hier drüben hat es nichts mehr Neues, also dass ich Stützen hingetan habe. Dann gehen wir mal zu... Wir gehen jetzt mal zum ersten Dorf. Da haben ein paar Member aus Schweden ein Dorf gebaut. So, da habe ich keinen Teleporter. Da haben wir keinen Speed 6. So, das ist hier drüben, hinter dem Dschungel. So. Yes is not is far. So, da haben wir hier Leute gemacht, wie zum Beispiel Datameal, Ice Buggy und noch andere Members, die jetzt gerade nicht unten sind. Ich finde es noch relativ schön für so wenig Materialien gebaut und so klein. Es ist richtig gut geworden. Ich hoffe, es wachst noch und eben hier kommt wahrscheinlich die Kefa-Arena hin. So, da seht ihr mal, es gibt richtig gute Member auf unserem Ding, also Bilder heissen sie bei uns. Die bauen Sachen, also alle, die auf den Server kommen und sich beweisen, können Bilder werden. Das wird dann vergeben und ja, da könnt ihr auch easy werden. Bilder ist der erste Rang. Und damit könnt ihr bauen und ja, abbauen und in die anderen Gebiete, also in die anderen Maps wechseln und so. Hier haben wir das ganz Besonderes und so, sehr Wichtiges. Wichtiges. Ach komm schon. Also, der kleine Dreckshaufen der Einsackheit für Troller. Also alle Troller werden hier heraufgebannt. Nein, nein, Scherz. Ich zeige euch, wo die Troller und also die Bösen hinkommen. Ähm, bitte nicht legen. Ja, das ist halt ja, aber das ist Scheiße. So, genau, hier. Die Bösen Jungs kommen hier hin. Jail. Here are the bad guys. Da könnt ihr hier reinschauen. Da kommen also die Bösen rein. Die können dann nichts mehr machen, nicht mehr teleportieren. Ausser sie können herumlaufen und, ähm, ja, chatten können sie trotzdem noch. Aber wer dann den Chat missbraucht, wird dann gebannt für einige Stunden. So, und das ist dann die erste Stadt, die wir gebaut haben. Neo Valetia. Ist leider noch nicht gross, aber ich dachte, derjenige, der das baut, hat hier schon einiges gemacht. Wie ein Pokercenter und ein Markt und eine Arena. Schauen wir mal in die Arena. Ja, hier hat er seine Hütte. Und hier unten kommen wir zur GYM. Da können die dann gegen Starrsegen antreten. Und, ja, das ist der vierte Ort. Ähm, das wird noch angepasst, das Level. Oder er wird dann nicht mehr der vierte Ort sein. Je nachdem. So, ähm, ja, am Spawn gab es noch zwei Sachen im Bau. Das ist ein Turm, der erklärt, welche Orten es gibt und wo sie sind. Ähm, dann das zweite ist... Was war das schon? Ähm, ah, der Newsroom. Newsroom. So, jetzt. Die anderen Häuser zeige ich jetzt nicht. Die zeige ich in einem späteren Video. Ähm, wir gehen halt mal in die anderen Gebiete. So, das ist die Farming-Welt. Bitte farmt nur hier. Also, ihr tägliches Meinen bitte hier. Auch das Anbauen von riesen Plantagen und so. Dass ihr das kaputt macht, oder so, bitte hier machen. Ähm, hier kann ich auch Sachen protecten oder ein anderer OP. Okay, ähm, ja, diese Welt ist eigentlich nicht zum Bauen gedacht. Also, nur zum Abbauen. Aber trotzdem eben solche riesen Plantagen und so bitte hier machen. So, das nächste. Ähm, habe ich ja gar nicht. Also, die nächste Welt war die Vanilla, äh, nein, nicht. Die, ähm, Let's Player Welt. Die habt ihr in Minecraft Let's Play schon am Anfang gesehen, wie ich sie gemacht habe und so. Ähm, die ist dazu da, wenn jemand Let's Playt, darf er dort drauf und machen. Also, aufnehmen da als mögliche, ohne gestört zu werden oder so. Keine Zuschauer oder so haben. Damit sie keine Zuschauer haben und so. So, und das ist die Vanilla World. Hier könnt ihr einfach normal Minecraft spielen. Also, Vanilla heißt Original. Also, die Original Minecraft Version 1.64 könnt ihr hier spielen. Ähm, ich möchte nicht Sachen von Pixelmon, ähm, sehen. Also, einzelne Büsche, die manchmal spawnen, die kann man natürlich schon noch. Liegen lassen, hier. Aber, schaut, dass ihr hier wirklich ein Vanilla baut. Die normale Welt ist für Pixelmon da. Hier findet ihr keine Pokémon. Auch in der Farmwelt findet ihr keine Pokémon. Und in der Let's Play Welt. Das ist einfach, weil wir es noch nicht eingestellt haben. Und, ja, der will Ground nehmen. Er hatte, also, Boden. Okay, ähm, ja, wie gesagt, hier Vanilla. Und es gibt keine Pokémon hier. Aber dafür Tiere. Ja, diese Pokémon-Sender, die könnte man auch stehen lassen. Auch wenn sie nicht so passen. Ja, wenn man sie dann, wenn man den Platz braucht, kann man sie schon zerstören. Aber einfach so, dass... Nimm den Ding. Ähm, das erkläre ich ihm dann später. Ähm, jetzt noch... Was ist noch wichtig? Es wird natürlich alles immer ausgebaut. Also, es werden auch mehr als 17 Orten kommen. 17 Orten, weil es 17 Elemente gibt. Ohne Fee. Das gab's. Gibt's jetzt hier bei Pixelmon noch nicht. Und ab dann bis 32 gibt's dann 2 oder 5 bis 5 Elemente. Oder sagen wir... Ja, sagen wir 2 bis 5 Elemente. Und dann die Pokémon-Liga mit 6 Elementen. Und wenn ihr alle habt, könnt ihr eben die Pokémon-Liga machen. Und könnt dann zum Pokémon-Champ werden. Und das ist dann wirklich die oberste... Das coolste natürlich in der Pokémon-Map. Ups. So, ähm... Ja, mehr gibt es momentan nicht zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Und gib bitte einen Daumen nach oben, weil das war wirklich ein sehr schönes Video. Und da bin ich stolz drauf. Und ja. Nein, Scherz. Ihr dürft wählen, ob ihr liked oder disliked oder gar nichts macht. Natürlich. Und jetzt kommen wir zum Ende. Ähm... Ein nächstes News-Video kommt bald. Hoffentlich. Wenn wir da jetzt es gibt. Und jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.